recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in einer neuen staffel staffel nummer zwei von astro near folge nummer eins wird das und leider ist es so dass ich beim umzug des pc's beziehungsweise betriebssystems neu aufsetzen leider die spielstände nur bis 23 gingen und 34 nicht cloud steam schade war nicht da keine ahnung warum hier sieht alles leer aus ich würde sagen wir fangen mal neu an und hoffen dass es irgendwie funktioniert und dann würde ich sagen nach dem intro legen wir los bis gleich so da fliegt die kapsel los zum abenteuer spiel müssen leider bei null anfangen es ist nun mal ein windows spiel ist ein bisschen tricky auch ich will hoffen dass wir das alles so hinkriegen basis wird aufgebaut wir fangen wieder bei null an neue mission lichter in der ferne plattform ist irgendwie gekommen ja wer ist die shift halten ist laufen springen ist die lehrtaste zoom ist mit der maustaste er ist klar orbit ist mit der rechts klar halten schnell verstauen ja das sind alles sachen die ich teilweise nutzer teilweise nicht nutzer das ist er das aktionsrad der kompass astropedia mission kriegte an dem tisch da ja das war es es gibt drücken um da rauszukommen und das bedeutet wir gehen jetzt mal hier schauen und untersuchen das hier so planetenfall angekommen auf silber überlebe die landung auf silber gegenstand sauerstoffmacher hier ist ein kleiner drucker so wird das schon erledigt und habe schon hier was bekommen nämlich einen kleinen drucker was ist das da hinten sauerstoffgenerator ok hier flackert es ein bisschen ich weiß noch nicht warum lichter in der ferne entdecke eine portalkammer finden eine seltsame strukturen astro near in grundlagen packer oxygenat aus installiere oxygenate in der unterkunft verbinde droger mit strom zum ok das denke ich mal wird unsere erste aufgabe sein und das ding liegt ja da hinten drin glaube ich jedenfalls dass der dort ist soll dem auspacken machen wir das und dann muss ich den da reinbauen glaube na das war doch hier oder oder ist das schon so ein ding drin sauerstoffmacher das ist da drunter nein ich glaube der kam auf diese seite da ist da drunter jetzt hat es geklappt wundern aber dann können wir schon mal die belohnung dafür abholen hast du eine grundlagen nicht denn schon voll ich muss jetzt den drucker noch mit strom verbinden alles klar dann machen wir das mal schnell auch noch der ist ja ganz leicht hier aufgebaut und strom nehmen wir mal auf der seite weg und den dann da dran so jetzt die aufgabe erfüllt was tun hier zum plan so kann ich abholen und da habe ich jetzt da hinten diese pinner gekriegt wenn ein haltegurt zum oxy generator ich weiß nicht was mit haltegurt gemeint ist aber ich denke mal das sind vielleicht die verbindung ok warte mal das lichter in der ferne jetzt muss ich ja noch gerade diese mission auswählen und schauen dass wir das hinkriegen so und dann muss ich so ein t stück drücken hier und dann ist dann schon die aufgabe erfüllt fertig ist atempause neue mission bereitgestellt gehen wir da wieder rein schauen uns die neue mission an atempause bereit bereitstellung gewonnen bereits 500 sammler gemisch sammler harz fülle einen kleinen kanister mit erde ok den kanister müssen allerdings noch bauen wahrscheinlich ablagerung und sammler gemisch und sammler harz machen wir auch gut haben wir erstmal kanister wir können erstmal in unserem rucksack gucken wo müssen wir verbindung können wir da basteln sauerstofffilter kleiner kanister was brauchen dafür harz ok dann müssen wir jetzt harz finden wo hatten wir unsere erste leitung da gucken wir mal wo wir hier was finden da vorne sieht es danach aus als ob da was sitzt ja was ist da vorne auf jeden fall auf jeden fall ist hier material oder forschungsgegenstand ne den machen wir da noch nicht ich habe kein licht mehr irgendwie ist mit licht ein bisschen schlecht ne l ist nicht licht ist das alles biomasse hier ne ist harz sammler harz vier stück ok da muss ich noch ein bisschen länger suchen zwei von vier drei von vier noch nicht genug so vier von vier harz haben wir geholt jetzt können wir zurücklaufen dann ist die aufgabe schon mal erfüllt ach gemisch soll ich auch noch sagen mal nicht nur harz ok dann ist das noch nicht erledigt aber wir können jetzt definitiv können wir hier was drucken mittel rosa drucker haben wir gemisch für da brauchen wir eine plattform für gut oversitz kleiner kanister den machen wir jetzt erstmal weil das war eine aufgabe die wir erledigen mussten jetzt haben wir schon zwei gemacht ok auch sehr schön nehmen wir mit nehmen wir beide mit da raus da rein jetzt ach so erde muss ich den machen rein machen wird mit erde was ist denn da müssen wir auch noch angucken naja hier schlecht weil wir kein sauerstoff kriegen dann lass uns mal gucken was wir hier so abbauen können da müssen wir mit unserem kanister geht er jetzt er da rein ja ist das schon fertig dann oder nicht ne das ist falsch muss ich den voll haben weiß ich nicht mal gucken ne sieht aus wie drei viertel voll und jetzt ist er ganz voll ok kanister mit erde erfüllt wir gehen wieder hier hin und lösen das ding ein ablagerung von den kanister haben wir gemacht bereitgestellt sammler gemisch müssen wir jetzt haben umrüsten was ist umrüsten entsperrer drucke und befestigen boost modus am ulende werkzeug entsperrer druck und befestigen boost modus am ulende werkzeug ok ich glaube wir müssen erstmal gemisch finden tja ok das ding ist hier zu weit weg gut haben wir geschafft der ist zu weit weg und wir haben keinen mehr das ist schlecht da geht es runter da sehe ich hier irgendwo gemisch ja weniger ne da ist auch ein loch da ist harz und gemisch oder ist das gemisch ich glaube das gemisch gemisch harz und gemisch ist hier jetzt müssen wir ein bisschen auf unseren sauerstoff aushalt aufpassen so erde ist da schon mal voll ok aber wir haben keinen sauerstoff mehr dann müssen wir dann mal schnell an die linie wieder ran den sauerstoff auffüllen das ist schon mal gut dreht sich ein bisschen schnell die umkehrdingens hier wo ist denn jetzt unser gemisch da jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr mehr gemisch kriegen damit das mal voll wird erst drei von vier harz haben wir jetzt brauchen wir gemisch und jetzt brauchen wir sauerstoff ja ich bin dabei gehe schon an der linie ran einmal voll und gehen wir wieder hin hier doch hier ist das eine von du hier hier du hier da war das letzte gemisch das war jetzt nicht so gut wie komme ich jetzt hier wieder raus ja ich bin dran ich bin dran da noch nicht sterben noch nicht sterben ich glück gehabt okay wir haben es gemischt wir sind da blöderweise reingefallen aber immer das was wir brauchten ich würde sagen jetzt machen wir erst hier einen cut erholen uns von der gewissen stress und in der nächsten folge schauen wir weiter vielen dank fürs zuschauen würde mich freuen wir das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video leider gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen bis zur nächsten folge ciao